Fakt ist, dass wir als Mannschaft aktuell in den beiden Spielen nicht so fungiert haben, wie wir vorher als Mannschaft fungiert haben. Wenn wir glauben, dass wir so viele gute Einzelspieler haben, dass die Einzelspieler das richten und jeder dann individuell für sich, wird es nicht reichen, wird es nicht funktionieren. Diese Mannschaft hat sich ausgezeichnet, wo sie ihre Ordnung gefunden hat, wo sie das Vertrauen gegenseitig gefunden hat. Da sind wir losmarschiert, völlig zu Recht auf Platz 1. Jeder hat dann gesagt, wirklich viele, sehr viele, es geht nur über Cottbus. Das stimmt auch. Das haben wir auch so gesehen, auch in der Betrachtung, wenn wir andere Spiele beobachtet haben. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, aber wir wissen, wenn wir bei uns bleiben, wenn wir Woche für Woche an unsere 100 Prozent kommen wollen. Das reicht dann auch manchmal gut, aber im Moment sind wir mangelhaft bis ungenügend. Dann hat das nichts mit Rhythmus zu tun, weil Rhythmus kommt nur durch Intensität, durch kurze Abstände, durch gute Organisation, durch gegenseitiges Vertrauen. Mein Gefühl ist einfach, dass jeder so ein Stück für sich spielt. Das ist dann das Bild, was wir abgeben. Wenn man Babelsberg noch dazu nimmt, da haben wir ein Tor aus der Standardsituation gemacht. Wir haben uns in den letzten drei Spielen ein Tor aus der Standardsituation gemacht. Für eine Mannschaft, die Tabellenführer ist, die meisten Tore erzielt hat. Eigentlich die meisten Torraumaktionen in der Innenrunde hatte, ist das Minus und kann einem nicht gefallen. Ist auch berechtigte Kritik, was ich dann auch empfinde, wenn dann Leute enttäuscht sind. Dennoch haben wir in den restlichen Spielen die Möglichkeit, es zu korrigieren. Ich habe mehrmals darauf hingewiesen. Es kann auch mal ein Auf und Ab geben. Es kann auch mal eine Phase geben, wo wir nicht so punkten. Dennoch ist dann nichts verloren. Nur wenn wir die Leistung nicht korrigieren nach oben, extrem nach oben korrigieren, dann wird es nicht reichen. Ich lege immer den Finger in den Wunder. Ich zeige das, was gesehen wird. Wir zeigen das, was aus meiner Sicht gezeigt werden sollte und den Spielern das auch dementsprechend mitzugeben, was da falsch ist und was wir falsch machen. Und dann handelt man nach dem Prinzip. Man hat ja dann eine Trainingswoche. Da haben wir dann letzte Woche auch ein bisschen Spieler rausgenommen, um ihnen auch mal eine Pause zu geben bzw. sich zu reflektieren, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, die Kommunikation. Dass man miteinander redet und dann sich erklärt, warum das so ist. Obwohl man nicht immer alles erklären kann. Wenn man alles erklären könnte, hätte ich da vorher schon darauf hingewiesen. Ich war fest davon überzeugt, dass wir am Sonntag in Nuckenwalde das Spiel gewinnen. Gegen Alt-Klinike war es so, dass wir da auch einen sehr, sehr guten Gegner getroffen haben, die das in dem Spiel gut gemacht haben. Wir natürlich weniger gut, aber damit konnte man noch leben. Nur am Sonntag haben wir eine Mannschaft stark gemacht, die gegen uns grundsätzlich keine Chance haben kann. Beide können Mehrwertspieler werden, habe ich auch der Mannschaft gesagt, habe ich auch der Mannschaft gezeigt in zehn. Dings hat hundertprozentigen, tausendprozentigen Elfmeter nicht bekommen. Can Scherakowski und Thiele hat gezeigt dann in der Halbzeit, hat er aber auch vorher schon gezeigt, auch im Training, wenn er fit ist, richtig fit ist und die Mannschaft in ihren Abläufen gegen den Ball so funktioniert, wie wir funktioniert haben, ist das der beste Stürmer der Liga. Aber nur dann, wenn die Mannschaft auch wieder in ihrer Spur kommt. Ansonsten sind Spieler in der Winterpause, dann wirken sie wie Fremdkörper und das gilt es jetzt zu beheben. Da sind wir für verantwortlich. Die geben mir auch als Typ genau das, was wir in der Mannschaft haben wollten. Es ist vorher mit dem Spielerrat ganz klar besprochen worden. Wollen wir neue Spieler holen? Der Spielerrat hat dafür gekämpft, dass wir diese Spieler auch holen. Sie wurden ganz klar diskutiert. Und jetzt erwarte ich eine Einstellung, dass man sagt, okay, diesen Zweikampf, das ist der letzte Zweikampf, den ich führe, aber den werde ich gewinnen. Und wenn wir die gewinnen, werden wir erfolgreich sein. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Das sagt Borussia Dortmund, die vor der Winterpause dann mehrmals verdienen. Jetzt kommen sie aus der Winterpause und sagen, okay, wir müssen erstmal unseren Fokus auf das Wesentliche im Fußball legen. Und wir haben unseren Fokus verloren. Wir haben unsere Art verloren, unsere Identität, wie wir das nennen. Wir haben uns eine Identität erarbeitet, die sehr, sehr ansehnlich war. Jeder hat gesagt, es geht nur über Cottbus. Alle Mannschaften, die oder alle, die uns gesehen haben, ob Scouter, Manager, egal, Fußballexperten, die haben gesagt, wie Cottbus da auftritt, das hat schon was Richtiges zu tun. Da sind wir weit von entfernt, weil jeder seine eigenen Interessen ein Stück hat. Aber sie können mir glauben, ich habe das diese Woche wieder angesprochen und werde das weiter ansprechen, werde weiter den Finger in eine Wunde legen, weil sich zurücklehnen und zu sagen, okay, dann ist es halt so. Das ist nicht meine Einstellung. Meine Einstellung ist, diesen Bock umzustoßen. Und wenn wir das schaffen, brauchen das aber auch kurzfristig. Wir haben keine Zeit mehr, weil wir mit zwei Niederlagen gestartet sind, brauchen wir jetzt die Spur, brauchen wir jetzt die Intensität, brauchen wir jetzt die Überzeugung, das Spiel am Wochenende zu gewinnen. Und dann soll es so weitergehen. Und dann ist das Ziel klar definiert. Ich habe aber dennoch, das möchte ich noch hinzufügen, immer gesagt, es wird doch mal einen Rückschlag geben. Und die Frage ist, wie geht man mit einem Rückschlag um? Mit einem Rückschlag kann man nicht umgehen, indem man irgendwas kaschiert oder was vertuscht. Die Fakten habe ich auf den Tisch gelegt, sowohl intern als auch öffentlich. Und jetzt gilt es darauf, die richtige Antwort zu geben. Ja gut, das Hinspiel war das dritte Spiel. Da habe ich aber mehrmals gesagt, dass wir ein paar Spiele brauchen. Das hat man speziell in den Spielen gesehen, obwohl die Chancen dann eigentlich auch hätten ausreichen sollen, um das Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind die seit dritten oder vierten Jahren Bestandteil der Regionalliga. Kämpfen jetzt mehr denn je gegen den Abstieg. Ich gehe auch davon aus, dass der eine oder andere von oben runter kommen kann. Also gibt es mehrere Absteiger. Und deswegen wird das auch ein Spiel. Die werden alles geben. Das haben die auch am Sonntag gemacht. Aus meiner Sicht, was ich in der Analyse jetzt im Video gesehen habe, haben die sehr unglücklich verloren gegen Erfurt. Wir dürfen das Spiel nicht verlieren. Wir werden zumindest ein Unentschieden rauskommen. Und sowieso in unserer Situation sich da hinzustellen, wir sind Hausrober-Favorit. Ganz ehrlich, ich sage das nie, vor keinem Spiel, dass wir Hausrober-Favorit sind. In dem Spiel, was dann gespielt wird, wenn wir unsere Form auf die Platte bringen, unsere Abläufe, vor allen Dingen unsere Zweikampfführung und unsere Intensität, unsere Sprintwerte in den letzten Beinen spielen, sind unterirdisch. Unterirdisch ist das Schlechteste in der Saison. Und dann kannst du spielen gegen wen du willst. Dann hast du auch gegen Oberligisten und gegen Verbandsligisten Probleme. Wenn wir so spielen im Pokal im Viertelfinale, können wir auch dann das blaue Wunder erleben. Habe ich auch im Interview gesagt, es scheiden ganz oft höherklassige Vereine auf. Wir müssen wieder zu uns finden. Wir müssen zu unserem Vertrauen finden. Aber Vertrauen ist auch gegenseitiges Vertrauen. Ich vertraue meinen Mitspieler. Ich habe mit meinen Mitspielern die feste Überzeugung. Das habe ich in den beiden Spielen nicht gesehen.